Zwei Dinge, die in Guardians of the Galaxy 2 wiederkehren. Erstens Groot in Form von Baby Groot und zweitens ein ziemlich genialer Soundtrack in Form einer Kassette. Kombiniert man das beides, könnte das dabei herauskommen. Und zwar, dass Baby Groot das Magnetband aus der Kassette zieht. Sollten wir dann den Soundtrack trotzdem hören wollen, müssen wir ihn halt mit einem Bleistift wieder auffädeln. Das hier ist ein Herren-Shirt. Es ist also nicht tailliert und fällt meiner Meinung nach ein bisschen länger aus. Ich trage es gerade in Größe S. Solltet ihr euch bei der Größe unsicher sein, könnt ihr das Shirt aber auch in einen Elbenwaldstorer Wahl bestellen und vorhand anprobieren.